Damit herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video, Nixbude. Wir haben hier unseren LKW-Anhänger, den haben wir uns natürlich kopiert. Falls nicht, gerne mal in den Schießbudenstand reingucken, da haben wir diesen ganzen Hänger gebaut. Und den werden wir jetzt natürlich immer umbauen, das heißt wir nehmen uns einmal Heuballen, kompakter Schlamm, Leiter und Steinschalter, die natürlich sollte hier eigentlich schon drin sein. Fangen wir einmal an, uns ein Muster reinzubauen. Nehmen wir einmal den Heuballen an der Hinterseite, 1, 2, oben dann 1, 2 und 3 und dann hier 1 und 2. Den Rest füllen wir dann mit kompakten Schlamm aus, hier unten kommen zwei Treppen hin und hier den Schalter. Die Seite macht ihr ab jetzt einmal alleine, dann kommen wir einmal hier an diese Seite, das ist jetzt die Rückseite. Dann haben wir ja hier schon einmal zwei Stück, dann setzen wir hier unten 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und vor den letzten beiden nochmal einen drauf, hier oben nochmal einen hin und hier kommt dann nochmal was anderes rein, das machen wir gleich. Der Rest kompakt ist Schlamm. Dann gehen wir einmal hier an diese rechte Seite hinten, da setzen wir jetzt einmal hier so ein Muster hin, das immer so einer frei ist, mäßig und dann immer so ein kariertes Feld entsteht. Das sieht dann so aus. Und dann kommen wir jetzt noch zu dieser Seite, hier machen wir das gleiche Muster auch nochmal, also hier so ein kariertes Muster und der Rest dann mit kompakten Schlamm. Und dann würde ich sagen, so machen wir das erstmal hier. Jetzt gehen wir noch hier an die Seite, vorne, das ist jetzt vorne. Da haben wir jetzt hier oben, dann machen wir auch hier wieder ein hin, hier ein hin, dann hier, hier unten nochmal und hier nochmal und hier nochmal, dass wir dieses Muster hier haben. Und genau, dann gucke ich nochmal kurz rechts, wie das da ist. Dann gehen wir hier noch rechts vorne hin, hier haben wir jetzt diese hier, dann hier unten 1, 2, 3, 4 und 6. Vor den letzten wieder zwei drauf. Und dann wird hier wieder unser Muster reinkommen, das zeige ich euch jetzt sofort und dann sieht das erstmal so aus. Und dann füllt ihr erstmal alles mit kompakkem Schlamm. So sieht das Ganze jetzt aus, jetzt nehmen wir einmal hier braune, glasierte Keramik, hier rechts einmal das Feld, was wir jetzt hier haben, zwischen den Reubalen. Einmal hier, einen freilassen, rechts wie unten und oben und dann hier so ein 3x3 oder ein 3x2 eher gesagt. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche auch nochmal, einfach in eine Richtung gebaut, da haben wir hier ein kleines Muster drin. Dann nehmen wir uns einmal Fichtenstufe, die bauen wir jetzt einmal komplett oben rum, so, zack, zack. Und hinten wieder zu, dann einmal alles mit grauen Teppich ausfüllen, innen drin. Dann nehmen wir uns noch Schlammziegeltreppe, die ersetzen wir jetzt durch die Quarztreppen. Das ist ja wie gesagt nur der Vorbau, kopiert euch den Wagen ganz oft. Dann unten die Schlammziegelstufe noch hin, da empfehle ich euch eine zu lassen, damit ihr sich einmal hier so setzen könnt. Und dann einmal hier rein. Und zwischen Schlammziegelstufe und Stufe können wir das Feld einmal, jetzt kommt er wieder rausbauen, weil hier kommt natürlich jetzt wieder unser Stand rein. Das heißt, das bauen wir jetzt einmal weg. Und da bauen wir jetzt was anderes rein. Ich würde sagen, genau so baut ihr das erstmal auch auf die andere Seite, die sieht bei mir jetzt so aus. Hier könnt ihr natürlich noch mehr Muster reinbauen, ich mach das jetzt nicht. Um draufbauen und dann sehen wir uns sofort. Okay, nehmen wir einmal alle drei Froschlichter, dann Seelaterne, leuchtender Gegenstandsrahmen, normaler Gegenstandsrahmen, gewachste, geschleppene Koffertreppe, braune Banner wie Schwarz-Eichen-Faltür. Fangen wir mit den leuchtenden Gegenstandsrahmen an. Einmal linke Seite, 1, 2, 3, 4, dann gehen wir einmal mit den normalen hierhin, fangen wir links an. Ein freilassender 1, 2, 3, 4, das ist auch noch unten, sieht einmal so aus. Dann kommen wir einmal jetzt zur rechten Seite, da wollen wir jetzt natürlich auch wieder was setzen. Das heißt, leuchtender Gegenstandsrahmen, dann hier rechts 1, 2, 3, 4, 5 und 6, einen lassen wir frei. Dann normale Gegenstandsrahmen wieder, hier unten, 1, 2, 3, 4 und hier einmal drauf, 5, das auch unten einmal hin. Dann sieht das Ganze so aus. Dann nehmen wir uns einmal die gewachste Treppe hier ran. Dann brauchen wir hier erstmal einmal den Schlammlock nochmal, da drauf, dann umgedreht die Treppe, so einmal, nicht so, sondern so. Dann einmal die Banner wieder hier vor, die können wir jetzt aber ganz links wie ganz rechts nochmal wegbauen und dann setzen wir hier natürlich wieder unsere Stufe vor. Genau hier, zack, können wir einmal das so vorsetzen. Dann gehen wir noch hin mit den Lichtern. Hier haben wir mal wieder angefangen, dann kommt grün, gelb, Seelaterne. Hier einmal nur die Froschlichter, abwechselnd immer und dann haben wir hier schon mal die Lichter und dann kommen wir jetzt noch hier zur Innendekoration unter anderem. Nehmen wir uns einmal Fichtentreppe, Fichtenfalltür, weiße Wolle, Eisengitter, Armbrust, Gegenstandsrahmen, Bogen, Pfeiler und weißen Teppichzorn. Fangen wir an mit den Fichtentreppen, die setzen wir jetzt einmal hier, seht ihr ja, haben wir den Quarzblock noch, davor dann einmal hier die Falltüren, das auf zwei Reihen. Das heißt, hier müssen wir jetzt einmal vorgehen und dann können wir hier einfach einmal so entlang gehen, nicht da drauf, nur davor. So, hier rechts habe ich das jetzt falsch rum, das heißt, hier endlich das nochmal. Dann sieht es so aus, die Eisengitter einmal hier links wie rechts sind, dann Gegenstandsrahmen, eins, zwei, drei, vier, rechts, eins, zwei, drei, vier, links, Mitte lassen wir frei. Dann könnt ihr euch ausführen, ich baue jetzt links die Bögen hin, einmal immer, dass sie so aussehen. Dann baue ich noch hier rechts die Armbrüste hin, auch wieder so nach oben. Also, ihr seht schon, das wird hier so ein Bogenstand mäßig. Dann geben wir einmal von innen Gegenstandsrahmen hier vor. Und da haben wir jetzt überall einfach die Pfeiler einmal rein, sodass wir die von innen an die Leute geben können. Dann weißen Teppich, zwei Reihen, komplett durchbauen einmal, bis am Ende. Dann hier vor geht das nicht, dafür haben wir den weißen, die weiße Wolle, die bauen wir jetzt einmal hier vor. Und hier hinten kommt jetzt noch Dekoration rein, wie innen und dann sehen wir uns. So, vor wieder. So, neue Böcke zu angenommen, nehmen wir einmal den Niederer Ziegelzaun, rote Keramik, Ziel. Dann gemeißelte Bücherregale, das Fass, Fichtenzaun, Bruch tiefer Schieferstufe, Schlammziegelmauer und den Gegenstandsrahmen. Fangen wir mit dem Niederer Ziegelzaun an. Den machen wir jetzt einmal wieder hier links nach unten, hier oben nicht. So, genau hier ab dieser Tür, zwei nach unten. Dann gehen wir einmal weiter, gehen wir einmal in den Innenraum und fangen an mit dem gemeißelten Bücherregal. Da setzen wir jetzt einmal hier an der Wand zwei Reihen hin. Nach der zweiten Reihe kommen wir jetzt einmal die Fässer, so längst gesetzt. Jetzt, genau so, da muss ich sofort einmal gucken, wie viele wir machen. Das sieht nämlich jetzt von der Rückwand, okay. Machen wir erst, machen wir fünf Stück, dann einmal die Fässer so rum, dass die Öffnung da ist. Und vor die Fässer setzen wir uns jetzt einmal einen Gegenstandsrahmen. Da sind dann so quasi die Sachen drin und da kann man so in der Kiste zugreifen auf diese Gegenstände, wenn die Leute die Zeit gewonnen haben. So. Dann bauen wir daneben einmal rote Keramik. Die bauen wir jetzt auch unten hin. Dann hier hinten gucken wir einmal. Da brauchen wir jetzt einmal nochmal die Bücherregale. Da setzen wir jetzt an die vier Stücke hin, das heißt, eins, zwei, drei, vier, aber nach oben. Bis hier geht dann die rote Keramik. Da drin ist das Ziel dann einfach oben, wie unten, so. Dann gehen wir einmal hier hin. Hier können wir jetzt den Teppich einmal wegbauen bei dem ersten, dann hier drauf. Und hier hinten können wir den Teppich auch einmal wegbauen. Hier müssen wir jetzt einmal versetzt nach oben, drei Stück nochmal, mit den Stufen. Sieht dann so aus. So. Die ganzen Gegenstandsrauben und so richtig einmal ein. Und dann zeige ich euch die. Wir brauchen aber noch den Fichtenzaun. Und zwar hier in der Mitte. Zweimal nach oben. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und dann zeige ich euch einmal, was ich in die ganzen Rahmen setze. Wir können aber jetzt schon mal hier einmal den leuchtenden Gegenstandsrahmen nehmen. Und hier einmal wieder komplett rum die Gegenstandsrahmen setzen. Und dann seht ihr selber, ne? Farben könnt ihr euch dann ja wieder aussuchen, was ihr reinbaut. Und ich baue dann jetzt wieder die Froschlichter rein. So, wir machen das einmal ganz schnell. Zack. Schade. Und von hier können wir das besser machen. Dann nehmen wir uns einmal jetzt wieder die Froschlichter. Zack. Fangen wir wieder an. Lila, grün und gelb. Hier machen wir das auch. So, sorry Leute. Kurzer Cut, da mich eine Person ja wieder permanent einladen musste. Hobbylosen Menschen, Alter. Und nehmen wir uns einmal Schlammsiegelmauer von hier jetzt bis zu dem Dachende einmal entlangziehen. Das bauen wir auf eine Dreierhöhe. Hier kommt dann die Beschriftung dran. Bogenschießen oder whatever, was ihr halt draufschreiben wollt. Und dann gehen wir nochmal aufs Dach. So, kommen wir jetzt nochmal zum Dach. Nehmen wir uns einmal glatter Stein. Einmal hier so vier Stück. Da bauen wir einmal so kreis Schienen drauf. Hier links. Hier ganz rechts. Zwischen Tagessicht und Sonnen. Da haben wir einmal hier so ein kleines Dach. So sieht es jetzt vorne aus. Wir kommen jetzt noch einmal zur vorne Mitte. Ich zeige euch einmal, ich reingepackt habe. Einmal hier Schülker und Helm. Dann einmal alle Köpfe beliebig. Hier rechts habe ich einmal ein Namen, Schild, Rakete, Buch. Schlammballe müsste es sein. Lohnstab. Dann einmal hier Braustand. Magrée. Irgendeine CD. Eine Rose und eine Leine. Genau so habe ich das dahinter hier hingepackt. Also hier sind die quasi drin. Und hier habe ich dann die Köpfe nochmal hingepackt. So als ob hier so die Rummelkiste ist und in den Regalen die Köpfe sind. Oder die Kuscheltiere auf denen. So sehen die Lichter vorne aus. Einmal erst die vier. Dann nochmal vier. Und dann hier erstmal drei. Kommen wir jetzt noch zum Vorderboden. Da gehen wir dann einmal hin. Da nehmen wir uns jetzt wie vorhin oder wie beim Skistand. Nehmen wir uns einmal wieder Andesit und Polierte Andesitstufe und Andesitstufe. Also fangen wir einmal an. Gehen wir einmal her. Einmal hier. Da wo diese Stütze ist. Eins, zwei. Dann hier zwei höher. Und hier dann einmal nur so ein Einer. Den ziehen wir jetzt einmal lang. Dann bis hier vorne. Hier. Okay. Ja, hier verlängern. Ich sehe gerade hier verlängern wir das noch um einen. Das heißt, noch einen nach hinten. Hier. Und dann hier so die Stufe hin. Und bis hier Andesit. Also bis zu diesem Ding Andesit. Hier auch. Dann hier wieder Stufe hin. Auf zweier Ebenen. Dann hier bei dem zweiten ist es schon wieder flach. Also hier bauen wir jetzt nicht so eine große Ablage hin. Genau, dann haben wir einmal das hier. Das bauen wir jetzt einmal noch hier. Zwei Stück. Dann hier einmal vor. Hoch. Hier nochmal zwei Stück. Und hier einmal noch so vor. Dann haben wir hier einmal so das Podest. Für den Stand. So sieht das Ganze jetzt aus. So sehr fertig. Ich lege hier noch einmal rum. Damit ihr alles nochmal seht. Und nochmal alles überprüfen könnt. Und genau so sollte der Stand jetzt aussehen. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich hoffe, er gefällt euch. Und dann habt ihr auch schon einen Bogenschießen. Und dann kommt natürlich auch noch Dosenwerfen und andere Dinge. Abfahrt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Like.